Die großen Straßen der Welt, meine Damen und Herren, beziehen ihren Ruhm aus den Wunschträumen der Erwachsenen. Man sagt, einmal in Rom über die Via Veneto bummeln, einmal auf den Champs-Élysées Paris bei Nacht erleben, einmal auf dem Broadway stehen. Es ist eigenartig, dass Kinder derartige Wünsche selten haben. Es wäre natürlich jetzt ganz einfach zu sagen, dass Straßen auf Kinder keine Faszination ausüben. Das stimmt nicht. Es gibt eine Straße, da möchte jedes Kind auf der ganzen Welt hin. Denn es ist eine Straße, die ist nur für Kinder da. Sie steht auf keinem Stadtplan, aber es gibt sie. In einem Fernsehstudio in New York. Und um dorthin zu gelangen, brauchte ich drei Dinge. Ein Flugticket, etwas Glück und eine Zauberformel. Sesam, öffne dich. Sesamstrasse ist der Ort, wo ich bin. Sesamstrasse, die liegt nicht in Wien. Doch die Leute dieser Straße gehen mir nicht aus dem Sinn. Wo ich bin, kommt so schnell keiner hin. Man kennt sich sofort hier bestens aus. In der Sesamstrasse sind Millionen Kinder zu Haus. Eine Märchenwelt von heut. Fast ein Stück Glückseligkeit mit den bekannten Figuren, die ein jeder kennt und beim Namen nennt. Sesamstraßenbewohner sind ein Hit, der Millionen an den Bildschirn sieht. Auf der Sesamstraße steh ich allein und singe mein Lied. Und heraus, damit man euch sieht. Hallo, ihr von der Sesame Street. Sag mal, ist das wahr? Bist du ein richtiger Sänger? Oh, hallo, hallo. Ja, ja, ich bin ein Sänger. Aber ob ich ein richtiger bin, weiß ich nicht. Hä? War einer wie Frank Sinatra? Na ja, vielleicht. Was, so alt? Hallo, du da. Hallo, das sind ja Erne und Bert. Du sag mal, ist das wirklich wahr, dass du in Deutschland deine eigene Fernsehshow hast? Ja, natürlich, hab ich. Und da kannst du alle sagen, was du willst? Manchmal, nur manchmal. Dann sag den Leuten bei Gelegenheit doch mal, sie sollen nicht immer so viel Froschschenkel essen. Oh, ja. Ja, ja, und die Leute sollen auch nicht immer sagen, du hast ja ein Vogel, Mensch. Ja, 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 ja. Und sag den Leuten, sie sollen nicht fortfährend sagen, verkrümel dich, du Krümelmonster. Entschuldigung, du hast ja recht. Ich finde es gar nicht nett, wenn die Leute sagen, der gibt aber an wie, wie Oskar. Der gibt aber an wie Oskar. Aber ihr beiden, habt ihr keinen Wunsch? Doch, natürlich, wir wollen endlich mal die Geschenke haben, die du uns aus Deutschland mitgebracht hast. Ja, Ernie hat recht, du stehst jetzt schon lange genug rum wie ein Weihnachtsmann. Seid bitte nicht böse, seid bitte ganz brav, sonst werde ich nervös und spreche im Schlaf. Santa Claus kommt heute zu euch. Er hat seinen Sack mit Gaben als Lohn. Wenn ich daran denk, knurrt am Magenbär schon. Santa Claus kommt heute zu euch. Sind ja gut, Frau Stuhl. Er sieht euch nachts im Zimmer. Sieht jedes schwarze Schaf. Drum sage ich euch immer, seid du Gottes Willen brav. Mein Herz will ganz schnell, es geht allen gleich. Der Pulschlag ist hoch, die Knie sind schon weich. Santa Claus kommt heute. Ja, Santa Claus kommt heute. Santa Claus kommt heute zu euch. Oh, Bert, jetzt fragst du, wie oft wir uns schon in Deutschland darüber den Kopf zerbrochen haben, warum du nie lachst. Und deshalb habe ich dir ein Geschenk mitgebracht. Du, da musst du einfach lachen. Pass auf, das wird jetzt komisch. Ach, Ernie, hilfst du mir ein bisschen dabei? Das gehört aber dem Bert, gell? Also los. So, jetzt pass auf. Na, so was, da habe ich einen wunderschönen Mist in meiner Tonne drin. Schönen guten Abend, Herr Kollege. Kollege. Wieso Kollege? Ich bin doch kein Frosch. Das gerade nicht, aber ein Sänger wie ich. Sag mir, kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwando, sag mir, kwa-kwa-kwa-kwando, kwa-kwa-kw-kw-kw-kwando, kwa-kwa-kwa-kwa-kwando, kwa-kw-kwando, kwa-kwando, 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 kwa-kwando. Ist das nicht korrig? Fantastisch. Und deshalb habe ich dir auch eine Schallplatte mitgebracht. Oh nein, eine Schrillplatte, alles, bloß das nicht. Denn immer wenn ich dein schönes Lied der letzte Schmalzach höre, dann muss ich immer ein... Ja, das tut mir natürlich leid, aber ich sing gar nicht auf der Platte. Das finde ich sehr gut. Ja, das ist eine Aufnahme des ersten Originalfroschkonzertes. Auf Englisch? Ja, auf Englisch. Strangers in the Night. Na, dann lass mal hören. Das geht ungefähr so. Quack, 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 quack. Quack, 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 qu Oskar, sag einmal, du lebst in der Mülltonne und es kann dir gar nicht dreckig genug sein. Und trotzdem lieben dich alle Kinder. Wie kommt das? Keine Ahnung. Also, wenn die Kinder wählen können, ich schwör dir, du wärst der Präsident von der ganzen Welt. Nein, ich geh nicht in die Politik. Ich mach mir doch nicht meine Hände schutzig. Oh, Bebo, dir hab ich eine Flasche mitgebracht. Oh, ich bin aber doch schon groß und erwachsen. Ich bin doch schon lange nicht mehr aus der Flasche. Nein, das ist eine besondere Flasche. Ja, eine Medizin für deine Stimme. Weil, die ist doch manchmal so, ta, ta, ta. Weißt du, die ist so, naja, so belegt. Eine Medizin aus den bekanntesten deutschen Kräutern. Besen, Kinster, Enzian, Fenchel, Weißdorn, Löwenzahn, Hagebutten und Holunder, Pfefferminz, wirkt oft ein Wunder. Wann muss das gut sein? Dann lass uns jetzt beide einen heben. Aber gern. Komm her. Oh, sieh mal. Ja, das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Das ist ja ein Volkswagen mit einem Geweiher drauf. Wo kommt der jetzt hierher? Oh, guck mal. Oh, Entschuldigung. Fröhliche Weihnachtszeit. Gib Peter endlich das Geschenk, Bert. Weihnachtsmann. Hier. Oh, hier, Peter. Ja? Ein Geschenk von uns allen. Für mich? Ja. Also, ich danke euch. Das ist... Da bin ich aber gespannt, was da drin ist. Was kann denn das sein? Mal aufmachen. Ah! Ernest, hab ich zu neugierig. Hier ist ein Mensch, der ist allein. Du bist es nicht, das in der Heim. Hier ist ein Mensch, der geht zu dir. Du hast ein Haar. Ich kann nur sagen, so schön habe ich dieses Lied noch nie gehört. Darf ich mich dafür mit einem Lied von euch revanchieren? Jetzt singt der Kerl schon wieder! Sing, sing ein Lied. Und vielleicht singt wer mit. Sing von Dingen, die schön sind. Dann wird man dich verstehen. Sing, sing ein Lied. Sing, sing ein Lied. Du wirst sehen, was daraufhin geschieht. Und vielleicht singt wer mit. Na, wie wär's? Gleich singt wer mit. Sing, du schönes Papou. Gut! Als mir schmeckt heute alles gut. Sing, sing ein Lied. Sing, du schönes Papou. Sing, du schönes Papou. La 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 la, la 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 la. Steh bitte hinaus, steh bitte hinaus und du mein Spatz bleibst hier. Er hat Spatz zu mir gesagt. Zu mir hat er gar nichts gesagt. Und du mein Spatz bleibst hier. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder einmal komm Kehr ich ein zum Schwarz bei dir Ja, ich bliebe gerne noch bei euch Doch er muss wieder übern großen Teich Komm doch hier mal zu mir und besucht mich vielleicht Sucht mich vielleicht mal in Wien, in Österreich Vieler Schnitzel soll ja auch ganz doll sein, fast so schön wie Kekse Na ja, und da diese Pufidel-Datsch-Datsch-Datsch-Datsch-Datsch-Datsch-Datsch-Datsch-Datsch-Datsch-Datsch-Datsch-Datsch-Datsch-Datsch-Datsch-Gerl Ja, vor allem die Knödel Du knödelst ja selber Kinder, es tut mir leid, aber ich muss gehen Darf ich euch was sagen? Dankeschön, ihr wart bezaubernd, Dankeschön, wenn ihr auch aus ein Wander gehen, gibt's doch ein Wiedersehen, 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 wo gibt's denn hier die Küche? Dankeschön, sie waren bezaubernd nett zu mir, das bleibt mein schönstes Souvenir, bis wir uns wiedersehen. Meine Damen, meine Herren, Sie hier im Saal und Sie zu Haus, jetzt sag ich zu Ihnen Servus, auf Wiedersehen. Die Show ist aus, drum Dankeschön, sie waren bezaubernd, Dankeschön, wenn wir auch auseinander gehen, bald gibt's ein Wiedersehen. Dankeschön. Applaus 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 Vielen Dank.